Hey, 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 schön, dass du da bist, super cool, freut mich riesig und heute zur neuen Folge habe ich das Thema, wie Selbstliebe hilft, Selbstwertgefühl zu steigern und das können wir alle gut gebrauchen, grundsätzlich und deswegen, ja, Selbstliebe und Selbstwertgefühl sind eng miteinander verbunden und sie sind auch unerlässlich für unser allgemeines Wohlbefinden und für unser Glück, dass wir uns einfach glücklich und zufrieden fühlen und ich kann es nicht oft genug sagen, ja, aber Selbstliebe bedeutet, sich um sich selbst zu kümmern, ja, und sich wertzuschätzen und Selbstwertgefühl ist das Gefühl von Selbstwert und Wert generell, ja, also zu sich selbst, ja, und Selbstliebe zu entwickeln und zu praktizieren, wirkt sich natürlich positiv auf das Selbstwertgefühl aus. Wenn du also Selbstliebe praktizierst, dann beginnst du dich selbst mit Freundlichkeit, ja, mit Verständnis und mit Mitgefühl zu behandeln und das ist generell extrem wichtig, dass wir das einfach machen und wir machen das generell einfach viel zu selten, ja, und deswegen werde ich da auch nicht müde, das immer wieder auch dann zu zu wiederholen, ja, oder immer wieder auch zu erwähnen, weil wir uns selbst halt oft sehr, ja, unfreundlich, nennen wir es mal so, behandeln und deswegen, ja, ist es einfach so wichtig, dass wir Selbstliebe praktizieren, ja, damit wir einfach aufhören damit, uns ständig klein zu machen, ja, und, ja, Selbstliebe zu praktizieren und eben dann sich mit mehr Freundlichkeit, Verständnis und Mitgefühl zu behandeln führt dazu, dass man, ja, einen größeren Selbstwert, ein größeres Selbstwertgefühl und auch Selbstachtung entwickelt und das sind eben sehr wichtige Bestandteile des Selbstwertgefühls, ja, also die Sachen braucht man einfach, um mal überhaupt zu weit zu kommen, ja, und es gibt unzählige Wege, natürlich Selbstliebe zu praktizieren, aber eine Möglichkeit, zum Beispiel Selbstliebe zu praktizieren, besteht darin, dir Grenzen zu setzen und diese eben auch einzuhalten, ja, was meine ich damit? Das bedeutet, dass du Dinge oder Menschen ablehnst, die dir schaden, ja, oder die dir einfach unglaublich viel Energie kosten, ja, und anstattdessen dir eben Zeit für die Dinge nimmst, die dir Spaß machen, die dir Energie geben, ja, und wenn du eben diese gesunden Grenzen setzt, dann beginnst du automatisch auch, ja, dich selbst wert zu schätzen, ja, und auch deine Zeit wert zu schätzen, ja, und das ist auch so ein Ding, denn wir haben ja grundsätzlich immer so das Gefühl, wir haben zu wenig Zeit, ja, und indem du aber Grenzen setzt, gesunde Grenzen setzt, ja, beginnst du nicht nur eben dich selbst wert zu schätzen, sondern eben auch deine Zeit wert zu schätzen und damit beginnst du mehr Zeit zu haben, weil du ja generell ein Überlegen anfängst, okay, mit was verbrauche ich denn meine Zeit, ja, und wenn du das machst, ja, führt das wiederum zu, ebenfalls zu einem größeren Selbstwertgefühl und Selbstachtung, ja, weil du plötzlich einfach dir bewusst machst, okay, mit wem verbringe ich meine Zeit und wie fühle ich mich denn danach, ja, und will ich mit dem dann überhaupt Zeit verbringen oder mache ich nicht lieber etwas, was mir wirklich Spaß macht und was mich auch wirklich weiterbringt und mir was bringt, ja. Eine weitere Möglichkeit, Selbstliebe zu praktizieren, ist auch, zu beginnen, positive Selbstgespräche und Affirmationen zu nutzen, ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du freundlich und ermutigend zu dir selbst sprichst und eben nicht ständig in diesem negativen Selbstgespräch feststeckst, ja, oder eben selbst dich ständig kritisierst und runtermachst. Weil wenn du positive Selbstgespräche führst, dann vermittelst du dir selbst, dass du wertvoll bist und dass du Liebe und Respekt verdienst, was sich wiederum positiv auf dein Selbstwertgefühl auswirkt. Ja, aber wenn wir beginnen, unsere Selbstgespräche mal zu analysieren und mal zu hinterfragen, was denke ich denn eigentlich so, ja, dann beginnst du auch zu verstehen, ja, was geht eigentlich in dir ab, ja, und das ist eben auch extrem wichtig, wenn man beginnt, Selbstliebe zu praktizieren, ja, dass man eben einfach auch mal beginnt, so aufmerksam zu werden hinsichtlich, okay, was denke ich und wie behandle ich mich selbst, ja, ganz, ganz wichtig. Und generell natürlich auch für Selbstwertgefühl sind diese Sachen einfach essentiell, ja, wenn du mit diesen Sachen nicht beginnst, dann wird es schwer, Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und es ist neben diesen Sachen auch wichtig, dass du dich um dein körperliches und dein seelisches Wohlbefinden kümmerst, ja, das heißt, sich gesund zu ernähren, so gut es geht, ja, ausreichend Schlaf zu bekommen und natürlich auch regelmäßig in irgendeiner Weise einen Sport oder eben zumindest Bewegung zu betreiben, ja, ist extrem wichtig, weil das kann unsere körperliche und emotionale Gesundheit verbessern, ja, also beides, ja, da geht es nicht nur um den Körper, sondern eben auch um unseren Geist. Und das führt zu einem größeren Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, ja, weil du dich einfach besser fühlst. Und wenn du dich in deinem Körper besser fühlst und wenn du dich um deinen Körper kümmerst, dann kriegst du automatisch mehr Selbstvertrauen, ja, und mehr Selbstwertgefühl, weil du dich einfach wohlfühlst in dir selbst drin, ja. Und das macht das natürlich dann auch aus und du strahlst das dann auch aus nach außen hin, ja. Weil wichtig hier möchte ich auch nochmal ganz wichtig auch rausnehmen, ja, wir haben in diesem Leben, was wir jetzt gerade leben und wo wir jetzt gerade drinstecken, wir haben nur diesen einen Körper, ja. Wir können nicht so wie unsere Klamotten, ja, irgendwie so sagen, okay, heute nehme ich den Körper und morgen nehme ich den Körper und so. Das geht nicht, wir haben nur den einen, ja. Ja, und wenn wir eben bis ins hohe Alter, ja, gut und glücklich und schmerzfrei auch leben wollen, dann müssen wir uns um unser Gefährt, ja, also unseren Körper kümmern und darauf achten, was fülle ich denn ein und wie behandle ich das körperlich wie mental, ja. Weil dein Körper trägt dich überall hin. Und wenn dein Körper aber irgendwann mal so ausgebeutet ist, dass er nicht mehr kann und dass er irgendwie dann nur mehr Schmerzen hat oder gewisse Sachen dann auch nicht mehr funktionieren oder wo auch immer, dann wird es natürlich extrem mühsam. Und wir selber sind aber dafür verantwortlich, wie, ja, wie das Ganze im Alter dann ist oder je älter wir werden, wie es ist, ja. Das haben wir selber in der Hand, indem wir Entscheidungen treffen wie, okay, ich esse jetzt größtenteils gesund und natürlich ist es kein Problem, wenn du Süßigkeiten isst und was weiß ich, Kuchen und was du halt gern isst, ja. Aber wie oft, das ist das, ja. Es ist überhaupt kein Problem, Pizza und Co. und was weiß ich was zu essen, ja. Kann man weiterhin machen. Aber es ist immer die Frage, okay, wie oft, ja. Auch beim Sport oder bei der Bewegung ist ja jetzt egal. Aber auch hier, wie oft, ja. Du musst es nicht jeden Tag machen. Du musst es auch nicht jeden Tag öfters am Tag machen, ja. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel, ja, eine Woche hernimmt, okay, wie oft, gar nicht oder zumindest einmal, zweimal, dreimal, ja. Also das ist einfach immer die Frage, ja. Die Menge macht das Gift, hast du sicher schon gehört, ja. Und es ist einfach so, ja. Es ist einfach die Wahrheit, die Menge macht das Gift. Wie oft esse ich was? Wie oft bewege ich meinen Körper, ja. Wie sehr achte ich auf diese Sachen? Das ist einfach unglaublich wichtig zu evaluieren, ja. Und dann einfach zu schauen, okay, bin ich mit dem zufrieden, ja. Und wenn man dann halt so an die Zukunft denkt, ja, bringt mich das dorthin, wo ich hin will? Hat das diesen Output, den ich mir vorstelle für meine Zukunft? Oder ist es eher so, dass wenn ich so weitermache, wie bisher, meine Zukunft dann ziemlich dunkel ausschaut? Und will ich das? Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist es an der Zeit anzufangen, etwas zu ändern. Man muss nicht alles umschmeißen. Das geht auch gar nicht. Es ist unmöglich, alles von einem Tag auf den anderen umzuschmeißen und ist auch nicht gesund, ist auch wieder ein Extrem. Aber einfach mal zu starten und einfach mal achtsam drauf zu schauen, okay, jetzt achte ich mal mehr auf diesen Punkt und fokussiere jetzt einfach mal den und schaue, okay, was kann ich adaptieren? Was kann ich implementieren, ja, was mir dann in der Zukunft zu dem Output bringt und zu der Zukunft bringt, die ich haben will, ja. Also nur mal so als Anregung, als Anregung. Ja, du hast ja, also zwei Sachen habe ich dir jetzt grundsätzlich ja schon mal gesagt, ja. Ich habe natürlich jetzt da noch ein paar mehr Tipps für dich, wie immer, die du ausprobieren kannst, ja. Und, ja, nimm, du musst nicht alle nehmen, ja, aber nimm mir zumindest eine Sache und versuch sie regelmäßig zu machen. Und schau einfach, okay, was tut es mit dir, ja, wie fühlst du dich, ja, was verändert sich, ja. Also bevor du gar keine machst, ja, nimm wenigstens eine und probiere sie mal aus. Und du kannst auch alle fünfmal in einem Zeitraum, ja, einfach mal ausprobieren und schauen, okay, was tut es, ja, und wie tut es, ja. Bevor du gar keine machst, mach wenigstens eine. Also ganz wichtig auch hier, nix machen führt zu nix, deswegen eine Übung zumindest und probiere die dann halt wirklich mal aus, ja. Und da wäre, also mein erster Tipp für dich, positive Selbstgespräche führen, ja, in deinem Kopf, ja. Das heißt, mach es dir zur Gewohnheit, dass du freundlich und positiv zu dir selbst sprichst, ja, indem du zum Beispiel Ich-Bin-Aussagen tätigst. Ja, wir verwenden Ich-Bin grundsätzlich sehr oft, aber meistens eben so in einem negativen Kontext, ja. Ich bin zu blöd, ich kann das nicht, ich bin XYZ, ja, füll ein, was du willst. Und das umzudrehen und ins Positive zu drehen. Und zwar so, ja, dass sie deine Stärken und deine Fähigkeiten betonen, ja. Achte also ab jetzt am besten, vermehrt darauf, was du über dich selbst denkst, aber auch, was du generell über den Tag denkst, ja. Sind deine Gedanken positiv oder sind deine Gedanken negativ? Ja, beobachte das mal. Dann, Tipp Nummer zwei ist, führe ein Dankbarkeitstagebuch. Du kannst zum Beispiel das auch verbinden, ja. Du kannst verbinden mit, okay, was denke ich denn so? Und kannst das aufschreiben. Und du kannst in der Früh zum Beispiel genau in dieses gleiche Journal dann auch reinschreiben, wofür du dankbar bist. Und schreib eben Dinge auf, eben diese kleinen Dinge, ja, die, ja, für die du in deinem Leben dankbar bist, ja. Dass du was zum Anziehen hast zum Beispiel eben. Oder dass du genug zu essen hast. Dass du einen Job hast, wo du Geld verdienst. Das sind alles so Sachen, die du aufschreiben kannst. Schau mal, was da kommt. Und das ist eine super Übung, die man in der Früh machen kann, nachdem man aufgestanden ist und einfach so drei Sachen aufschreibt. Okay, für die bin ich heute dankbar. Weil das lenkt deinen Fokus und das hilft dir auch, deinen Fokus auf die positiven Dinge in deinem Leben zu richten. Und weg von diesem Negativen. Außerdem hilft es dir auch, dass du zufriedener mit dir selbst bist und mit deinem Leben bist. Und du wirst dadurch einfach ruhiger und auch glücklicher. Was ja prinzipiell ja mal nichts Schlechtes ist. Gut, dann der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist das Thema Selbstfürsorge. Also Self-Care. Kennst du sicher, hast du sicher schon x-mal gehört. Aber es ist einfach auch wichtig, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst und Aktivitäten wählst, bei denen du dich einfach gut fühlst. Egal, ob das jetzt Sport ist, Tanzen, Lesen, in der Natur sein, meditieren, dir eine Massage geben lässt oder so, was weiß ich, Maniküre, Pediküre etc. Also das sind halt einfach so diese Sachen. Natürlich geht es nicht nur um die Sachen, aber wir sollten sie trotzdem auch einbauen. Es ist trotzdem auch wichtig, sich um sich selbst zu kümmern und sich auch Zeit mit sich selbst zu gönnen, wo man Sachen macht, die einem selbst Spaß machen. Und die einem selbst einfach helfen, wieder auch zu sich selbst zu kommen und sich wieder zu erden. Und da helfen diese Sachen zum Beispiel auch sehr gut und das vernachlässigen wir halt oft gerne und deswegen ist es einfach wichtig, das trotzdem auch mal rauszugreifen und zu sagen, okay, ich plane mir jetzt wirklich explizit Zeit für mich und was auch immer du da machst, Hauptsache es macht dir Spaß und du kannst sozusagen deine Batterien dadurch wieder aufladen. Ja, Tipp Nummer 4 ist, hinterfrage deine negativen Gedanken. Das ist grundsätzlich eher auch ein Tipp, den ich auch schon gerade vorher eben gesagt habe. Wenn negative Gedanken auftauchen und das tun sie, das ist auch ganz normal, jeder hat das, jeder hat das. Du bist da wirklich nicht alleine, wenn es darum geht, dass negative Gedanken einfach immer wieder einmal auftauchen. Aber beginne, dass du sie hinterfragst mit Beweisen aus deinem Leben, die dem Ganzen sozusagen widersprechen. Das heißt, nimm sie nicht einfach hin, sondern hinterfrage diese negativen Gedanken und frag dich zum Beispiel, ist das wirklich wahr? Oder welche Beweise habe ich, dass das wirklich wahr ist? Und in den meisten Fällen wirst du feststellen, dass du mit Nein antwortest. Dass du entweder keine Beweise hast, dass es wirklich wahr ist oder dass du generell einfach sagst, nö, es stimmt nicht. Es ist nicht wahr. Und dann kannst du diese Gedanken viel leichter loslassen, weil warum solltest du bei irgendwelchen Gedanken bleiben, warum solltest du diese Gedanken festhalten, wenn sie eh nicht stimmen, ist ja komplett unlogisch. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich ertappst, dass du so negative Gedanken hast und du sagst, okay, nee, stimmt eigentlich gar nicht, ist ein Blödsinn, ist voll Schwachsinn, was ich da jetzt gerade denke, dann kannst du dir gleich kübeln. Dann kannst du dir gleich vorstellen, wie du diese negativen Gedanken oder diesen negativen Gedanken, wie du den so in die große kristalline Mülltonne des Universums schmeißt und sie da auf ewig drinnen lässt oder sie halt positiv transformiert wird und streich die aus deinen Gedanken sozusagen. Kannst du gleich wegstreichen. Wird nicht benötigt. Ist sinnlos, weil es stimmt ja eh nicht. Okay, und ja, letzter Tipp für heute. Tipp Nummer 5 sind Affirmationen. Wiederhole täglich, wenn es dir möglich ist, positive Affirmationen, dass ich es noch rauskriege. Wie zum Beispiel, ja, ich bin würdig und verdiene Liebe und Glück. Ja, ich bin wertvoll. Zum Beispiel, ja, weil das hilft dir, deinen Verstand einfach neu zu programmieren und an deinen eigenen Wert zu glauben. Und natürlich, ja, sind Affirmationen jetzt nicht das Allheilmittel, ja. Es ist nur ein kleiner Schritt dorthin, ja. So wie bei allen Sachen. Es gibt eben diese kleinen Schritte, die du machen kannst, aber hinter diesen Sachen steht immer, dass du auch ins Tun kommst. Es bringt dir nichts, natürlich, tausende von super tollen, positiven Affirmationen dir vorzusagen, wenn du nicht ins Handeln kommst. Das ist immer dann der zweite Schritt. Und das ist egal, ob du jetzt meine Tipps, die ich dir hier gebe, hernimmst, oder ob du jetzt da von irgendeinem anderen Mentor, Coach, was auch immer, dir diesen Tipp holst oder was auch immer du hörst. Es ist immer, immer, immer so, dass das der erste Schritt ist, der einfachste Schritt ist, den du machen kannst. Deswegen gibt es halt auch so viele, weil es ist natürlich nicht für jeden gleich. Der eine tut sich leichter, jetzt aufzuschreiben, für was er dankbar ist. Der nächste tut sich leichter mit den Affirmationen. Der nächste tut sich leichter, seine Gedanken zu hinterfragen und die sozusagen dann mit Fragetechniken wie, okay, ist das wirklich wahr, sozusagen zu löschen oder zu transformieren. Also es ist für jeden immer ein bisschen was anderes. Deswegen nimm dir einen von den Tipps, die für dich am leichtesten zum Umsetzen sind und mit dem du dich einfach am wohlsten fühlst und dann schau, dass du in Aktion trittst, dass du ins Tun kommst und es auch regelmäßig, jeden Tag tust. Und erst dann wirst du merken, dass sich was verändert und dass plötzlich gute Sachen daherkommen oder dass plötzlich eben diese negativen Gefühle weniger werden. Einfach, weil du dich darauf konzentrierst, sie zu transformieren ins Positive. Oder plötzlich fängst du an, mehr positive Sachen wahrzunehmen und zu sehen. Das fängt alles an mit so einem kleinen Schritt wie zum Beispiel Affirmationen, die du dir halt als Bildschirmhintergrund zum Beispiel nehmen kannst oder als Post-its oder so am Tisch. Am besten solltest du diese Sachen natürlich auch jeden Tag öfters sehen, damit sie halt wirklich auch wirken können. Also das ist immer auch so eine Sache. Aber grundsätzlich, es bringt dir der beste Tipp nichts, wenn du ihn dann nicht praktizierst, nicht täglich praktizierst. Einmal bringt dir halt auch nichts. Also es sollte schon etwas sein oder du musst schon etwas so machen, dass du es einfach regelmäßig machst und jeden Tag machst, damit du halt auch wirklich die Wirkung davon spürst und aufnehmen kannst. Also das hier auch nochmal so on the side erwähnt, dass die Sachen, die Tipps, die helfen alle. Also alle Tipps helfen, weil die habe ich selber schon ausprobiert oder ich mache gewisse Sachen von denen, dann mache ich auch noch immer selbst. Und sie helfen, kann ich dir garantieren. Aber sie helfen halt nur dann, wenn du sie auch wirklich machst, täglich machst. Sonst helfen sie dir nichts. Sonst sind sie halt einfach nur schön zum Lesen, aber werden dir nicht viel bringen. Okay. Gut. Ja, nachdem es eben viele Tipps gibt, wie schon erwähnt, und viele Sachen gibt, die man ausprobieren kann, habe ich dir auf meinen Blog, also sozusagen in dieser Folge auf meiner Homepage noch weitere fünf Tipps reingepackt. Das heißt, wenn du mit den fünf, die du jetzt heute gehört hast, durch bist, oder wenn du sagst, nee, da ist aber irgendwie keiner dabei, der mir zusagt, dann schau gerne auf meine Homepage zu meinem Podcast und genau zu dieser Folge von heute. Und dann wirst du hier nochmal fünf weitere Tipps finden, die du ausprobieren kannst und für dich nutzen kannst. Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon ganz, ganz viel Freude damit. Und ja, apropos Freude damit, ich freue mich auch gerne und sehr und riesig, wenn du mir schreibst, wie es dir denn mit den Tipps geht. Was ist dein Lieblingstipp? Oder welcher Tipp hat dir am besten geholfen? Oder wenn du natürlich auch generell Fragen hast, wie du das am besten anwenden sollst oder wie auch immer, dann schreib mir, schreib mir einen Kommentar unter diese Podcast-Folge zum Beispiel oder auf meinen Social-Media-Profilen. Schreib mir da auch gerne oder einfach nur ganz easy eine E-Mail. Dann kann ich natürlich auch mit dir interagieren und dir halt einfach zum Beispiel noch mehr Tipps geben oder eben dir weiterhelfen, wenn du halt jetzt irgendwie Fragen hast oder wenn du irgendwo anstehst. Also da freue ich mich natürlich sehr drüber. Oder natürlich auch, wenn du die Folge teilst und sie zum Beispiel mit jemandem teilst, wo du dir denkst, der könnte das auch gut brauchen, dann freue ich mich natürlich auch sehr. Wenn du natürlich weiter eintauchen möchtest in das Ganze, dann kann ich dir mein E-Book empfehlen, wo du sozusagen lernen kannst, mit achtsamer Meditation in die Selbstliebe zu kommen. Also da hast du auch nochmal verschiedene Meditationsvarianten drin, die dir da einfach im ersten Step auch helfen, mal ins Tun zu kommen. Und überhaupt generell einfach mal anzufangen, wenn du hier Hilfe brauchst oder wenn du hier etwas suchst, dann hole auf jeden Fall mein E-Book. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes, du findest es auf meiner Homepage eveslifestyle4u.com natürlich auch, so wie alles andere. Und ja, wenn du natürlich sagst, okay, ich würde ganz gern mit dir arbeiten, ich hätte ganz gern deine Hilfe, weil alleine komme ich da irgendwie nicht durch, ich weiß nicht wo und wie ich anfangen soll und überhaupt und außerdem, dann auch hier findest du den Link zu meinem Coaching in den Shownotes und auf meiner Homepage und da können wir natürlich auch gern mal quatschen oder eben, du kannst gerne mit mir arbeiten und dadurch halt einfach, ja, dein Leben komplett transformieren und so gestalten und deine Ziele einfach endlich erreichen, so wie du es gerne hättest und ja, eine richtig geile Transformation für dich selbst einfach hinlegen, also wenn du da Interesse hast, dann schaust du dir da gerne an. Ja, ich segne dich mit Licht, mit Liebe, mit Erfolg und mit Gesundheit und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche am Freitag wieder sehen, hören, lesen und wünsche dir bis dahin auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Zeit und ja, bis nächsten Freitag. With love, deine Eva. Ciao.